Herzlich Willkommen bei dieser neuen Hypnose zum Einschlafen. Schön, dass Du heute hier bist. Mit dieser Hypnose wirst Du wie immer sanft einschlafen und auch langfristig immer besser und schneller in den Schlaf gleiten. In dieser Hypnose nutze ich die Metapher einer Rolltreppe. Wir werden uns vorstellen, in immer tiefere Ebenen der Entspannung zu gleiten, bis wir ganz unten in Deinem tiefen Schlaf angelangen. Ich wünsche Dir eine gute Erholung, einen tollen Schlaf und wie immer freue ich mich über Deine Bewertung und einen Kommentar. Mache es Dir nun ganz bequem. Lege Dich in Dein Bett, das kann auf dem Rücken oder der Seite sein. Stelle sicher, dass Du die perfekte Position hast. Nun ist Deine Zeit. Deine Zeit, um Körper und Geist zu entspannen und in Deinen wohltuenden Schlaf einzutauchen. Du kannst jetzt alles loslassen und Dich Deinem wohlverdienten Schlaf widmen. Dafür musst Du nichts weiteres tun, denn Entspannung kommt früher oder später ganz von alleine. Lausche einfach meinen Worten und wenn Du Dich mit der Zeit müde fühlst, kannst Du Dich von ihnen lösen und schlafen. Falls noch nicht geschehen, kannst Du gern Deine Augen schließen und einmal tief durchatmen. Richte Deine Aufmerksamkeit auf Deinen Kiefer, erlaube ihm etwas abzusinken. Nimm die Muskeln in den Mundwinkeln wahr und lass sie weicher werden. Erlaube auch den vielen kleinen Muskeln in den Augenlidern zu entspannen. Ist es nicht interessant, dass die Augenlider die wahrscheinlich angespanntesten Muskeln in unserem Alltag sind? Schließlich müssen wir sie immer offen halten und anspannen. Doch das ist jetzt nicht mehr nötig. Du kannst all die Anspannung in den Augenlidern loslassen. So als würdest Du die vielen kleinen Muskeln einfach ausschalten. Schalte diese Muskeln also vollständig ab, wie ein Lichtschalter. Du schaltest die Muskeln in Deinen Augenlidern und die Muskeln in Deinem Gesicht einfach aus. Die vielen noch so kleinen Muskeln um Deine Augen herum können ganz und gar entlasten. So als würden sie einfach nicht mehr funktionieren wollen. Du kannst es sogar ausprobieren, wenn Du magst. Und solange Du Dich dafür entscheidest, zu entspannen, werden sich Deine Augenlider nicht mehr öffnen wollen. Eine einfache Entscheidung, ein kleiner Gedanke kann ausreichen, um voll und ganz abzuschalten. Und nun kannst Du jegliche Anspannungen loslassen. Spüre, wie gut es sich anfühlt, alles abzugeben. Es gibt nun keinen Grund mehr, zusätzliche Energie in die Muskeln zu lenken. Keine zusätzliche Energie in die Augenlider. Keine zusätzliche Energie in Dein Gesicht. Und keine zusätzliche Energie mehr in den Kiefer zu senden. Stattdessen kannst Du einfach nur loslassen und entspannen. Es ist nun nicht mehr nötig, zusätzliche Energie in Deinem Nacken oder in den Schultern zu verwenden. Deine Schultern können sich nun völlig lockern und entspannen. Vielleicht stellst Du Dir auch eine warme Welle oder einen Schauer vor, der von den Schultern bis nach unten in beide Arme fließt. Die Arme entspannen sich völlig. Die Handgelenke, die Handflächen, sogar die Finger entspannen. Die Arme können von den Schultern bis zu den Händen wärmer werden. Lass jegliche Anspannungen im Brust- und Bauchraum los. Einfach völlig locker lassen. Fühle die Wellen der Wärme, diesen warmen Schauer durch den Oberkörper fließen, während Du nun mehr und mehr entspannst. Spüre auch in Deinen Beckenbereich und nimm wahr, wie sich die Gesäßmuskeln lösen und entspannen. Die warmen Wellen fließen durch Deinen Unterkörper bis in die Beine. Alles löst sich. Alles entspannt und lässt locker. Spüre die Wellen der Wärme und wie sie durch die Beine strömen. Nimm die tiefe Entspannung in den Oberschenkeln, den Knien, den Waden und den Knöcheln wahr. Auch die Füße sind völlig entspannt und gelöst. Lass die Entspannung bis in die Zehenspitzen fließen. Beide Füße, beide Beine und die Hüften sind vollkommen und absolut entspannt. Dein ganzer Körper lässt nun los und sinkt immer mehr in die Unterlage. Dein Körper ist angenehm warm und schwer und er wird nun immer schwerer und schwerer, während jegliche verbleibende Anspannung dahin schmilzt. Die Gravitation zieht Dich ein kleines Stück mehr nach unten. Selbst wenn es nur Millimeter sind, helfen sie Dir noch entspannter zu werden. Spüre die Gravitation schwerer und schwerer. Und Du kannst Dir erlauben, Dich gut zu fühlen, so völlig ruhig und entspannt. Jetzt, wo alles so angenehm gelöst ist, frage ich mich, ob Du in einen tiefen und erholsamen Schlaf gleiten magst. In einen Schlaf, der Dich auf allen Ebenen erfrischt. Der Dein Körper, Dein Geist und Deine Seele stärkt. Vielleicht ist Dein Unterbewusstsein schon längst damit beschäftigt, sich von meinen Worten zu lösen. Es kann an einen schönen Ort denken, vielleicht einem Strand oder dem Meer, einer leichten Brise, die Deine Haut streift. Oder es lässt sich umhertreiben. Es ist völlig egal, wie Du nun entspannst. Und richtig ist auch, dass unser Unterbewusstsein ganz genau weiß, wie man einschläft. Wir alle sind mit einer angeborenen Intelligenz ausgestattet, die auf Erholung ausgerichtet ist. Es gibt nichts, was Du tun oder machen musst. Hier und jetzt reicht es völlig aus, wenn Du einfach nur wahrnimmst und vielleicht ganz unbewusst eine Entscheidung triffst. Eine Entscheidung, einem Weg zu folgen, der Dich in Deinen erholsamsten und tiefen Schlaf führen wird. Stell Dir nun vor, Du stehst am oberen Ende einer Rolltreppe, die sich langsam, aber stetig nach unten bewegt. Immer tiefer in Deinen Schlaf hinein. Lass dieses innere Bild in Dir entstehen. Du kannst allem vertrauen, was Du wahrnimmst. Denn Dein Unterbewusstsein weiß, was am besten für Dich ist. Achte also auf die Details Deiner Rolltreppe. Eventuell fährt sie durch einen magischen Ort in der Natur. Oder sie befindet sich in einem einfachen, ruhigen Raum, in dem sanfte Musik spielt. Möglicherweise ist sie auch an einem surrealen Ort, im Nachthimmel, umgeben von watteweichen Wolken, die vorüberziehen. Wie auch immer Dir diese Rolltreppe erscheint, sie vermittelt Dir ein sehr gutes Gefühl. Und während sich die Rolltreppe in Deiner Vorstellung zu formen beginnt, wirst Du vielleicht feststellen, dass Du immer ruhiger und entspannter wirst. Du siehst wie sich die Rolltreppe langsam und stetig nach unten bewegt, hinunter zu einem Ort tiefer Gelassenheit. Und Du kannst wahrnehmen, wie es ohne jegliche Anstrengung Deinerseits geschieht. Denn es gibt einen Weg, der Dich in den wohligen Zustand Deines tiefen Schlafes leitet. An dem es nichts außer Ruhe und Frieden gibt. An dem alle Bereiche Deines Körpers vollständig zur Ruhe kommen und das erhalten, was sie brauchen. Und diese Rolltreppe ist Dein Weg nach unten. Dabei gibt es nichts, was Du tun oder herausfinden müsstest. Denn dieser Weg ist für Dich da, genauso wie Du es möchtest. Erlaube Dir also, noch entspannter und gelöster zu werden. Entspannter und gelöster, als Du Dich jemals gefühlt hast, während Du vorwärts gehst und die erste Stufe der Rolltreppe betrittst, die sich nach unten bewegt. Nun trägt sie Dich nach unten. Wenn Du magst, dann lege eine Hand auf das Geländer. Du kannst sehen und spüren, wie Du tiefer und tiefer gehst. Dein Körper entspannt sich mit jeder Stufe, die die Rolltreppe nach unten fährt. Und vielleicht kannst Du nun spüren, wie Du mit jedem Ausatmen immer entspannter wirst. Die Rolltreppe trägt Dich sicher nach unten, tiefer und tiefer in die Entspannung. Insgesamt gibt es 27 Ebenen, durch die Dich diese Rolltreppe sanft nach unten trägt. Du fährst nun immer tiefer und tiefer, von der 27. zu 26. Ebene. Und je tiefer Du gehst, desto wohler fühlst Du Dich. In Deinem eigenen Tempo gehst Du tiefer hinunter und wirst dabei immer entspannter. Vielleicht kannst Du Dir die Zahlen der Ebenen vorstellen, während Du weiter nach unten gelangst. Du musst überhaupt nichts tun. Es geschieht alles für Dich. Du wirst voll und ganz getragen in die tiefsten Ebenen Deiner Entspannung. Du siehst, wie die Zahlen nach unten gleiten und mit jeder Ebene, die Du nach unten gehst, wirst Du immer entspannter. Dein Körper und Geist werden völlig ruhig und gelassen und Du gehst nun tiefer und tiefer. Ganz von selbst, ohne dass Du etwas dafür tun musst. Du fühlst Dich immer entspannter und wohler. Und vielleicht weißt Du ganz instinktiv, dass der Ort, an dem Dich diese Rolltreppe bringt, ein wunderbarer ist. Einer, an dem Du die tiefsten Ebenen von Ruhe und Frieden erleben kannst. Und weil es das ist, was Du wirklich willst, führt Dich Dein Unterbewusstsein mühelos dorthin. Dein Atem lässt Dich jetzt tiefer und tiefer in den Schlaf gleiten. Du fährst nach unten, wie auch die Zahlen nach unten gleiten. Und es ist völlig egal, auf welcher Ebene Du nun bist, ob auf der fünfundzwanzigsten, der zweiundzwanzigsten oder einer tieferen, denn alles geschieht in Deinem Tempo. Du gelangst immer weiter nach unten, ganz nach unten. Sinkst in die tiefsten Ebenen Deines Schlafes. Du kommst an in Deinem tiefen und erholsamen Schlaf, Deinem wohltuenden Schlaf. Und wenn Du die tiefste Ebene erreichst, dann siehst Du, dass es ein Ort des Friedens ist. Einer, an dem alles möglich ist. Du kannst nun völlig loslassen, tiefer und tiefer hinabdriften. Voll und ganz in den Tiefschlaf eintauchen. Und wenn Du irgendwann die letzte Ebene erreichst, dann spürst Du ganz eventuell, dass Du schon längst beginnst zu träumen. Alles, was geschieht, geschieht von alleine. Du bist entspannt. Dein Atem fließt gleichmäßig. Du bist umgeben von Ruhe und Frieden. Alles ist gut. Du schläfst tief und erholsam. Dein Körper tankt neue Energie. Du bist dankbar für Deinen wohltuenden Schlaf. Du bist sicher und geborgen. Du bist sicher und geborgen. Du lässt alle Sorgen und Ängste los. Du vertraust darauf, dass alles gut ist. Denn das ist es. Alles ist gut. Und Du fühlst Dich gut. Und Du fühlst Dich gut. Du träumst von schönen Dingen. Dein Unterbewusstsein bringt Dir neue Ideen und Inspirationen. Du fühlst Dich gut in Deutschland. Dein Unterbewusstsein. Du fühlst Dich gut in der 되는데ide Kraft. Dein Unterbewusstsein. Du fühlst Dich gut in der Kriste. Du bist im Einklang. Körper, Geist und Seele sind im Gleichgewicht. Du fühlst dich friedvoll und geborgen. Du bist ruhig und gelassen. Du lässt alles los, was dir nicht mehr dient. Du bist im Hier und Jetzt. Du genießt deinen wohlverdienten Schlaf. Du genießt deinen wohlverdienten Schlaf. Du fühlst dich entspannter und ruhler. Und vielleicht weißt du ganz instinktiv, dass der Ort, an den dich diese Rolltreppe bringt, ein wunderbarer ist. Einer, an dem du die tiefsten Ebenen von Ruhe und Frieden erleben kannst. Und weil es das ist, was du wirklich willst, führt dich dein Unterbewusstsein mühelos dorthin. Dein Atem lässt dich jetzt tiefer und tiefer in den Schlaf gleiten. Du fährst nach unten und beobachtest, wie auch die Zahlen nach unten gleiten. Du gelangst immer weiter nach unten. Ganz nach unten. Ganz nach unten. Du kommst an in deinem tiefen und erholsamen Schlaf. Und wenn du die tiefste Ebene erreichst, dann siehst du, dass es ein Ort des Friedens ist. Einer, an dem alles möglich ist. Du kannst nun völlig loslassen. Tiefer und tiefer hinabdriften. Du bist entspannt. Dein Atem fließt gleichmäßig ganz in den Tiefschlaf eintauchen. Du bist umgeben von Ruhe und Frieden. Alles ist gut. Du schläfst tief und erholsam. Du schläfst tief und erholsam. Dein Körper tankt neue Energie. Du bist dankbar für deinen wohltuenden Schlaf. Du bist sicher und geborgen. Du lässt alle Sorgen und Ängste los. Du lässt alle Sorgen und Ängste los. Und darauf, dass alles gut ist. Denn das ist es. Alles ist gut. Und du fühlst dich gut. Du bist zutiefst entspannt. Du träumst von schönen Dingen. Dein Unterbewusstsein bringt dir neue Ideen und Inspirationen. Du bist im Einklang. Körper, Geist und Seele sind im Gleichgewicht. Du fühlst dich friedvoll und geborgen. Du bist ruhig und gelassen. Du lässt alles los, was dir nicht mehr dient. Du bist im Hier und Jetzt. Du genießt deinen wohlverdienten Schlaf. Du genießt deinen wohlverdienten Schlaf. Alles, was geschieht, geschieht von alleine. Du bist entspannt. Dein Atem fließt gleichmäßig. Du bist umgeben von Ruhe und Frieden. Alles ist gut. Du schläfst tief und erholsam. Dein Körper tankt neue Energie. Du bist dankbar für deinen wohltuenden Schlaf. Du bist sicher und geborgen. Du lässt alle Sorgen und Ängste los. Du lässt alle Sorgen und Ängste los. Du vertraust darauf. Du vertraust darauf, dass alles gut ist. Denn das ist es. Alles ist gut. Und du fühlst dich gut. Du fühlst dich gut. Du bist zutiefst entspannt. Du träumst von schönen Dingen. Du träumst von schönen Dingen. Dein Unterbewusstsein bringt dir neue Ideen und Inspirationen. Du bist im Einklang. Körper, Geist und Seele sind im Gleichgewicht. Du fühlst dich friedvoll und geborgen. Du bist ruhig und gelassen. Du bist ruhig und gelassen. Du lässt alles los, was dir nicht mehr dient. Du lässt alles los, was dir nicht mehr dient. Du kennst deinen wohlverdienten Schlaf. Du kennst deinen wohlverdienten Schlaf. Alles, was geschieht, geschieht von alleine. Du bist entspannt. Du bist entspannt. dein Atem fließt gleichmäßig. Dein Atem fließt gleichmäßig. Alles ist gut. Alles ist gut. Dein Körper tankt neue Energie. Du bist dankbar für deinen wohltuenden Schlaf. Du bist sicher und geborgen. Du lässt alle Sorgen und Ängste los. Du vertraust darauf, dass alles gut ist, denn das ist es, alles ist gut und du fühlst dich gut. Du bist zutiefst entspannt. Du träumst von schönen Dingen. Dein Unterbewusstsein bringt dir neue Ideen und Inspirationen. Du bist im Einklang. Körper, Geist und Seele sind im Gleichgewicht. Du fühlst dich friedvoll und geborgen. Du bist ruhig und gelassen. Du lässt alles los, was dir nicht mehr dient. Du bist im Hier und Jetzt. Du genießt deinen wohlverdienten Schlaf. Alles, was geschieht, geschieht von alleine. Du bist entspannt. Dein Atem fließt gleichmäßig. Du bist umgeben von Ruhe und Frieden. Alles ist gut. Du schläfst tief und erholsam. Dein Körper tankt neue Energie. Du bist dankbar für deinen wohltuenden Schlaf. Du bist dankbar für deinen wohltuenden Schlaf. Du bist sicher und geborgen. Du lässt alle Sorgen und Ängste los. Du lässt alle Sorgen und Ängste los. Du vertraust darauf, dass alles gut ist. Denn das ist es. Alles ist gut. Du fühlst dich gut. Und du fühlst dich gut. Du fühlst dich gut. Du fühlst dich gut. Du träumst dich gut. Du träumst von schönen Dingen. Du träumst von schönen Dingen. Du träumst du dich gut Gatherieren. Du träumst dich gut hinzu und sowieso. Du träumst du wieder. bietvoll und geborgen. Du bist ruhig und gelassen. Du lässt alles los, was dir nicht mehr dient. Du bist im Hier und Jetzt. Du genießt deinen wohlverdienten Schlaf. Alles, was geschieht, geschieht von alleine. Du bist entspannt. Dein Atem fließt gleichmäßig. Du bist umgeben von Ruhe und Frieden. Alles ist gut. Du schläfst tief und erholsam. Dein Körper tankt neue Energie. Du bist dankbar für deinen wohltuenden Schlaf. Du bist sicher und geborgen. Du lässt alle Sorgen und Ängste los. Du vertraust darauf, dass alles gut ist. Denn das ist es. Alles ist gut. Und du fühlst dich gut. Du bist zutiefst entspannt. Du träumst von schönen Dingen. Dein Unterbewusstsein bringt dir neue Ideen und Inspirationen. Du bist im Einklang. Körper, Geist und Seele sind im Gleichgewicht. Du fühlst dich friedvoll und geborgen. Du bist ruhig und gelassen. Du lässt alles los, was dir nicht mehr dient. Du lässt alles los, was dir nicht mehr dient. Du bist im Hier und Jetzt. Du genießt deinen wohlverdienten Schlaf. Alles was geschieht, geschieht von alleine. Alles was geschieht, geschieht von alleine. Du bist entspannt. Du bist entspannt. Dein Atem fließt gleichmäßig. Du bist umgeben von Ruhe und Frieden. Alles ist gut. Du schläfst tief und erholsam. Du schläfst tief und erholsam. Dein Körper tankt neue Energie. Du bist dankbar für deinen wohltuenden Schlaf. Du bist sicher und geborgen. Du bist sicher und geborgen. Du lässt alle Sorgen und Ängste los. Du lässt alle Sorgen und Ängste los. Dass alles gut ist. Denn das ist es. Alles ist gut. Und du fühlst dich gut. Du bist zutiefst entspannt. Du träumst von schönen Dingen. Dein Unterbewusstsein bringt dir neue Ideen und Inspirationen. Du bist im Einklang. Körper, Geist und Seele sind im Gleichgewicht. Du fühlst dich friedvoll und geborgen. Du fühlst dich friedvoll und geborgen. Du bist ruhig und gelassen. Du lässt alles los, was dir nicht mehr dient. Du lässt alles los, was dir nicht mehr dient. Du bist im Hier und Jetzt. Du genießt deinen wohlverdienten Schlaf. Alles, was geschieht, geschieht von alleine. Du bist entspannt. Dein Atem fließt gleichmäßig. Du bist umgeben von Ruhe und Frieden. Alles ist gut. Du schläfst tief und erholsam. Du schläfst tief und erholsam. Dein Körper tankt neue Energie. Du bist dankbar für deinen wohltuenden Schlaf. Du bist sicher und geborgen. Du lässt alle Sorgen und Ängste los. Du vertraust. Du vertraust darauf, dass alles gut ist. Denn das ist es. Alles ist gut. Und du fühlst dich gut. Du bist zutiefst entspannt. Du bist zutiefst entspannt. Du träumst von schönen Dingen. Dein Unterbewusstsein bringt dir neue Ideen und Inspirationen. Du bist im Einklang. Körper, Geist und Seele sind im Gleichgewicht. Du fühlst dich friedvoll und geborgen. Du bist ruhig und gelassen. Du bist ruhig und gelassen. Du lässt alles los, was dir nicht mehr dient. Du lässt alles los, was dir nicht mehr dient. Denn du vernachlässigst Deinen Wohlverdienten Schlaf. Alles, was geschieht, geschieht von alleine. Du bist entspannt, dein Atem fließt gleichmäßig. Du bist im Geben von Ruhe und Frieden. Alles ist gut. Du schläfst tief und erholsam. Dein Körper tankt neue Energie. Du bist dankbar für deinen wohltuenden Schlaf. Du bist sicher und geborgen. Du lässt alle Sorgen und Ängste aus. Du vertraust darauf, dass alles gut ist. Denn das ist es. Alles ist gut. Und du fühlst dich gut. Du bist zutiefst entspannt. Du träumst von schönen Dingen. Dein Unterbewusstsein bringt dir neue Ideen und Inspiration. Du fühlst dich gut. Dein Gewicht. Dein Potenzial. Du fühlst dich gut. Das war's, das war's. Und das ist das, das ist das, das ist das, das ist das. Das ist das, das ist das, das ist das, das ist das.